Wir reiben ein bisschen an Aladins Wunderflasche, wünschen uns was, dann kommt Christian Lindner um. Sie haben schon wieder einen neuen Haushalt zusammengezimmert. Ihr wisst, ich habe Zugang zum Intranet des Deutschen Bundestages. Ich habe den Entwurf 3.359 Seiten für das Bundeshaushaltsgesetz 2025. Willst du wissen, was die Besatzungskosten sind? Willst du wissen, was die Kriegsfolgekosten sind? Willst du wissen, was die Folgekosten des NS-Regimes sind? Sie stehen alle im Haushalt drin, schön versteckt, schön verteilt. Ich habe alles heute für euch rausgezogen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Danke nochmal für die 100.000. Es geht jetzt auf die 200.000. Ich danke euch, wir werden das schon gemeinsam rocken. Wird etwas dauern, aber es gibt genug zu berichten. Es gibt jetzt hier einen neuen Entwurf des Bundeshaushaltsgesetzes 2025 mit einem Fehlbetrag von 12 Milliarden Euro. In der Schule würde man für so eine Klassenarbeit einfach eine 5 oder eine 6 bekommen, wenn die Aufgabe ist, stelle einen ausgeglichenen Haushalt auf, muss am Ende auf beiden Seiten das Gleiche stehen. Hier steht auf der Ausgabenseite 12 Milliarden Euro mehr als auf der Einnahmenseite. Jeder Schüler würde dafür die Klatsche kassieren in diesem Land. Nicht diese hier, sondern nur im übertragenen Sinne. Unsere Politiker können sich das erlauben, denn sie stützen sich jetzt darauf, dass es ja noch konjunkturelle Unsicherheiten gibt und das schon noch werden wird. Und da ist wirklich wieder das Lügen vorprogrammiert. Dieses konjunkturelle Risiko kann auch in die andere Richtung laufen. Jetzt schon mit einem Fehlbetrag von 12 Milliarden Euro zu starten und dem Bundestag anzuweisen, beziehungsweise dem Bundestag diesen Knochen hinzuwerfen. Ich habe sie hier dabei, die 3.359 Seiten, dass man die Abgeordneten dazu nötigt, einen Haushalt zu verabschieden mit diesem Fehlbetrag. Und der Fehlbetrag wird nach der parlamentarischen Beratung im Bundestag immer größer, wie vorher, bevor er aus dem Kabinett gekommen ist. Ob ich die 3.359 Seiten gelesen habe, die für 2025 noch nicht. Ich habe allerdings den Bundeshaushalt 2018 und 2019 komplett gelesen, also über 7.000 Seiten. Es ist wirklich haarsträubend, hanebüchen und wirklich auch komplex. Man muss sich da erstmal reinarbeiten. Ich habe für euch mal ein paar interessante Sachen mitgebracht. Und zwar Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt, beziehungsweise dem Abzug von ausländischen Streitkräften. Es gibt hier dann die verschiedenen Haushaltstitel und da gibt es Gelder und da gibt es zum Beispiel die Abgeltung von Schäden und anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte. Das kostet im Jahr 3 Millionen Euro, sagen sie, dieses Jahr, nächstes Jahr. Allerdings hat es letztes Jahr 6,9 Millionen Euro gekostet. Ein Schelm, wer den Ukraine kriegt, dahinter vermutet. Sie sagen uns nichts. Dann gibt es hier auch noch weiteren Ausgleich von Besatzungsschäden. Bezahlen wir immer noch 3 Millionen Euro im Jahr. Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der Westgruppe, der Truppen auch 300 Millionen Euro im Jahr. Und weil das Ganze so schön ist, es gibt hier Haushaltstitel, die werden Sie niemals berichten in der Tagesschau. Es gibt hier zum Beispiel die Wiedergutmachung des Bundes. Hier gibt es einen relativ großen Posten, die Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen. Da haben wir dieses Jahr 49 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. Und nächstes Jahr sind es knappe 50 Millionen Euro. Aber die Politiker, sie wollen uns das nie erzählen. Jetzt gibt es hier noch die Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung sowie Erinnerungs- und Bildungsaufgaben. Und da sind wir schon bei 1,5 Milliarden Euro. Und nächstes Jahr sind es 1,6 Milliarden Euro. Und da muss man leider die böse, ketzerische Frage stellen. Denn wie wird hier ein Menschenleben gegen Geld aufgewogen? Nichts anderes passiert hier, wenn dauerhaft für Personen, die ermordet wurden, weiterhin Geld gezahlt wird. Wenn man jemanden danach fragt, bekommt man immer eine böse Antwort und einen bösen Blick, dass sowas niemals getan würde und diese Zahlungen hier immer freiwillig geleistet werden würden. Aber das ist hier wirklich ein sehr, sehr heißes, schwieriges Thema. Niemand möchte das anfassen. Aber sie wollen hier wirklich uns ein Bären aufbinden. Es sind hier die Titel 0801 und 0802. Geht dann los auf Seite 989 im Bundeshaushalt. Da gibt es dann einen Lastenausgleich. Das ist der Lastenausgleich der 90er Jahre. Die Leistungen im Zusammenhang mit den Kriegsfolgen, den Zukunftsaufgaben der Wiedergutmachung und so weiter und so fort. Die ganzen Kosten, die wir so leisten, sind da alle eingebaut für die NATO-Truppen, für den Rammstein-Stützpunkt, für das Militärkrankenhaus bei Rammstein. Und wir haben noch gar nicht über die Steuervorteile gesprochen. Da sind ja die amerikanischen Soldaten hier, sind Mehrwertsteuer befreit und lauter solche Abkommen existieren da. Uns wollen sie erzählen, sie haben jetzt wieder einen Haushalt zusammengezimmert. Ich kann sagen, ein Haushalt mit Fehlbetrag ist einmal Leistung verfehlt, setzen sechs. Unabhängig davon, dass sie hier jetzt die Kredite an die Deutschen Bahn beziehungsweise die Zuschüsse an die Deutschen Bahn werden in Kredite umgemünzt. Um euch das mal kurz zu sagen. In meiner Tasche sind jetzt 0 Euro. Also meine Tasche hier ist leer. Jetzt gehe ich hin und gebe der Bahn 100 Euro als Zuschuss. Das heißt, in meiner Tasche fehlen jetzt 100 Euro. Meine Tasche ist im Dispo-Kredit sozusagen. Jetzt darf der Staat allerdings seine Tasche nicht so sehr in diesen Dispo-Kredit ziehen. Also muss der Staat jetzt hingehen, muss der Bahn 100 Euro geben. Und in der Tasche muss aber 0 bleiben. So, wie machen wir das? Wir reiben ein bisschen an Aladins Wunderflasche, wünschen uns was. Dann kommt Christian Lindner um die Ecke und sagt, wir geben der Deutschen Bahn als Kredit 100 und haben dann eine Forderung gegenüber der Bahn mit 100. Das heißt, ich ziehe aus meiner Tasche 100 Euro raus, gebe sie der Bahn, habe 100 Euro Fehlbetrag in meiner Tasche und bekomme aber ja von der Bahn zurück die Forderung, also das Versprechen, dass sie mir den Kredit zurückzahlen. Das stecke ich dann in meine Minus-100-Tasche und dann bin ich da auf 0. Das ist der Buchhaltungstrick. Jetzt wirklich versucht euch einfach zu erklären, wie sie uns hier hinter die Fichte führen wollen, denn das Geld bei der Bahn ist weg und wir zahlen es uns selbst zurück. Aber in dem Moment, wo man das Geld nicht weggibt, sondern verleiht, ist es bilanztechnisch in meiner Tasche am Ende 0. Ob der Kredit dann ausfällt, spielt überhaupt keine Rolle. Das darf dann auch abgeschrieben werden. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie sie uns hier verarschen wollen. Und so haben sie diesen Haushalt gestrickt und trotzdem noch einen Fehlbetrag eingebaut. Das ist wirklich peinlich und vor allem shame on you, Christian Lindner, aber mit Insolvenzen kennen sie sich bestens aus und mit öffentlichen Geldern auch. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kanntest du die Posten hier im Haushalt? Das heißt immer Verschwörungstheorie. Ich habe sie heute euch einfach gezeigt aus der Drucksache des Deutschen Bundestages und es sind über 3.300 Seiten. Da muss man manchmal etwas länger suchen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kommentiere sie mal unter dieses Video. Abonniere ansonsten den Kanal X und Telegram und bleibst du immer auf dem Laufen. Damit, ciao, bis bald.